Ihr kennt ja sicherlich alle Fuchselbau, meine Rivalen in Minecraft Elements. Doch heute möchte ich es hier heimzahlen. Im Laufe des Projekts in den letzten Wochen haben Fuchselbau und ich uns gegenseitig ständig geprankt. Wir haben einander Sachen geklaut, einander Sachen kaputt gemacht und einander getötet. Doch heute möchte ich das Ganze auf die Spitze treiben und sie mit dem Ultima 7 Prank auseinandernehmen. Was dieser Prank sein wird und wie sie darauf reagiert hat, das seht ihr in diesem Video und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Der Gameplan für den Prank, Freunde. Und zwar bauen wir ein, neben ihrer Farm, neben Fuchsels Farm, ein kleines Gehege. So, aus Glas, ne? Und da werden wir. Und dann wird hier ein Fuchs hier drin spawnen. Der kann ja nicht raus. Der Plan geht auf! Fuchs, Fuchs, Fuchs. Haben wir einen Fuchs spawnen? Ne? Wie nenne ich den Fuchs? Fuchs, Fuchse. Ist dahinter was? Perfekt! Perfekt geeignet! So! Hallo, ich bin Fuchse! Ja, aber lass doch mal was anderes machen. Bup! So, jetzt kommt hier der Fuchs rein. Ganz wichtig. Wenn Fuchse hier reinläuft später, wird sie diesen Fuchs sehen und der wird von einem Amboss gequetscht. Chat, ihr müsst das klippen, wenn die da reinläuft, ne? Das rafft die Save nicht. Ne, ne. Oh mein Gott, noch viel besser! An alle, die hier Sub haben. Ihr habt ja das Tian-Höllenfürst-Sub-Emote. Wenn sie später online kommt und in diese Falle reinläuft, dann müsst ihr alle Tian-Höllenfürst reinschreiben. Bitte! Das wäre so cool. Das ist das Ding, ne? Fuchse wird das erste Mal in ihrem Leben eigenhändig einen Fuchs umbringen. Ja! Jetzt rein da. Hä? Was ist das denn? Was ist das denn? Nein! Nein! Nein, 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 nein! Wer war das? Tian, du kleiner Pisser! Bitte helfen Tian! Ich habe den Fuchs gekillt! Tian hat den Fuchs gekillt! Tian ist so ein Monster. Holy shit! Ich habe ihm nichts getan! Ich glaube, wir sind Freunde! Ah, ganz am Anfang von MC. Was sagst du denn? Sie joint auf den Server. Erste Sache, die passiert, ist das? Wir gucken jetzt im Chat. Wer von euch hat alles Jan Höllenfürst geschrieben? Ich hab dem Chat gesagt, die sollen das Höllenfürst in den Mund reinschreiben. Wir gucken im Chat. Hä? Was ist das denn? Was ist das denn? Nein, 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 nein. Ja. Wer war das? Höllenfürst. Höllenfürst. Ihr seid die beste Community. Geil. Es hat funktioniert. Du bist gemein. Funktioniert feiern. Jawohl. Kleiner Pisser. Bitte öfft Jan. Dieses Bild. Dieses Random Ass Bild. Vom Schizo-Fürst. Der denkt, er wäre es.